Und was? Endlich ein. Oh, da ist das geil! Wir bieten auf Kunst heute, die wir so überzeichnet haben. Aus irgendeinem Grund. Und auch, wie funktioniert das? Jeder Spieler bekommt am Anfang 3.000 Dollar zur Verfügung gestellt. Und versucht dann auf gut Klick mit 3 kleinen Hints, die jeder hat, das bestmögliche Ergebnis zu erzeugen. Genau, ganz am Anfang müssen wir zwei Gas machen, Benz. Ja, fünfmal noch. Fünfmal noch. Aber das ist voll schwer, weil du hast dann auch die Finger vorzufügen. Es scheint etwas Neues vorzufügen und deine Finger nach dem Handy. Also, ich spiele das Bild jetzt. Ja, ich spiele das Bild jetzt. Ich spiele das Bild jetzt. Ich bin kein Morscht. Alles genau. Zulich aus? Schaut genau dem Bein zu, was ihr während dem Spiel macht. Also, wie es schon alle gesagt haben, wir zeichnen hier zwei Gemälde. Dann müssen wir darauf bieten. Und wir haben, wie es der Ani gesagt hat, unterschiedliche Hinweise, wie viele die wert sind. Eigentlich nichts mehr zu machen, oder? Let's go! Wir sagen, let's go. Der Hurenmoop. Im Kischmane Flasen. Let's jump straight into the drawing! Oh, du brauchst keine Leckeres. Was ist die Scheiße? Bin ich jetzt so tief, Mann? Ich trau durch. So, also für die Zusehe, ich bin jetzt fertig. Ich steck mir jetzt mal voll in den Arsch. Nein, so scheiße. Jetzt hab ich jetzt lieb. Ich hab's nicht immer so viel, gell? Ich warte das Video, dass wir noch einen gescheißen Mal erkennen. Ey, mein erstes ist so super schlecht geworden. Was ist denn das, Mann? Ich hab's schon wie ein Frankang getroffen. Uuuuh. Das ist alles Picacho. Guck mal. Der fach ist ein DJ. Next is 700 This guy. Now I'm looking for 800 It's high. 1,000 1,000 You can show me 11-hundred dollars Do I see 11-hundred dollars? Das kommt jetzt mal zukünft. die sind echt so viel, mich hat das gepackt, We können so zählen. Aus demnachringen Abonniert das Ganze. Jo, die waren die Technik, Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, das schaffen wir gerne. Aber bei mir kommt das... Oh, was? Ich weiß nicht. Aber bei mir auch. Das ist ja nur die Hälfte wie der nicht. Ich hoffe, dass du siehst. Ich hoffe, dass du siehst. Ich hoffe, dass du siehst. Was ist der Yoda? Ich hoffe, dass du siehst. Das war der Yoda, Mann. 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 Ich schaue dir vorher rein. Ja, Mann. Das ist Business, Mann. Das ist schon die Barca, oder was? Nein. Das ist nur... Das ist die richtige Chance. Wir bringen uns zu Beginn bei 400 Dollar. Das ist ein Feierstabler. Ich finde es gut. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's K Lock? Das ist ein Feierstabler. Sie sind so ein Feierstabler. Das ist den Feierstabler. Sie sind so ein Feierstabler, Mann. Das ist keine Feierstabler. Das sind die Zweierstabler. Oh mein Gott! Fahrer! Ich hoffe, das ist aber nichts wert, bitte! Bist du Deppler! Der Hump-Banner hat dein ganzes Körn-Rassel! Der kostet... Ja, das ist nur 3.000. Nein, du machst nur mit 3.000. Bullshit. Das ist 700 Euro wert. 700 Euro wert. 700 Euro. Hoffentlich. 700 Euro ist es wert. Was? Entscheint nicht. 700 Euro. Das andere ist so ähnlich. Ja, ich brauche Geld! Ja, aber da fliege auch wieder 500 Euro. Na wurscht. Ich brauche Geld. Du hast 700 Euro gekriegt. Du hast 2 Euro gekriegt. Du hast gerade viel Geld gekriegt. Ja, du hast nur 8.000 Euro. Hast du nur das, du hast nur 8.000 Euro? Ja! Du hast ja auch 1.500 Euro gekriegt. Ja, du hast nur 1.500 Euro gekriegt. Du hast ja auch 1.500 Euro gekriegt. Aber so was? Es ist Spaß! Ja. Und wenn du willst, wenn du Geld in der Auktionen wollen willst, einfach auf dem Kall-Predatory Loans-Button auf dem Computer. Ja, du hast es wirklich cool. Ja. Du hast es da Angst. Ja! Du hast es da laboratorium Müller. Du hast es ja genug. Du hast ja genug. Du hast es ja genug. Oh, ich weiß nicht, was ich guckt. Jetzt sind die Stimme für 600. Oh, ich weiß es nicht. Sie sehen hüpfen wie ich 700! Was ich schon will? Das ist jetzt! Was ich hier zu sein? Ich frage mich jetzt, was ich nicht äußt? Haben wir was zu Ende? Das ist ja so schön.. Geh, haben wir viele. Das ist ja so schön. Ja, ja. So ein Scheiß kein Geld. Das ist ein Schmesser, aber so ein Geld. Das muss ich nicht mehr sein. Wie sagt man, ich so zum Witt-Dinetz ein Geld hat. Nimm dir nix. Nimm dir nix. Ja, okay. Das ist gut. Und wir gehen. Ich fühle mich nicht auf. Das ist mein Lieblingsdeck. Na ja, packen. Ja, komm mal. Ich glaube nicht, ich werde nicht gewöhnen. Ja. Bisiciiit. Bisiciiit. Gutenabend. Bisiciiits. Bisiciiit. Du bist du? Was? Wahrscheinlich. Ich habe etwas Flecken. Wir haben den Scheißkarten. Los! Das ist zu schwer. Nein, das geht noch nicht. Nein, das geht noch nicht. Was ist das für den Scheiß? Was ist das für den Scheiß? Ja, das ist für den Scheißkarten. Was ist das für den Scheißkarten? Was ist das für den Scheißkarten? Es ist für den Scheiß. Wie ist das für die Scheißkarten, die Schaffkarten haben? Nein, das ist es für die Schaffkarten. Oh, hey? Ich bitte, aber es ist nicht so cool. Eben, was ist das für dieciséis? Oh, hey! Das ist das für den Scheißkarten. Was ist das für die Schaffkarten? Was ist das für die Schaffkarten? Was? Was? Das war's nicht so. Das ist doch sicher. Ja, das war's. Ja, das ist auch sicher. Ja, das ist doch sicher. Ja, das ist doch sicher. Das ist sicher. Es ist so, dass ich mich nicht mehr holen darf. Hehehehe! Peter, ich habe das genau neu aus. Nebstes! Nein, ich habe das Neues. Nebstes! Congratulations, Brain! Ich komme gleich, mein Gewehr-Kön! Ja! Ich muss das wieder rösten. Was? Was? Das muss ich mal anfangen. Was ist denn das? Das! Was der f***? Was ist das? Was ist das? Aber du musst nicht drinnen? Ich kann ja nicht drinnen. Ich kann ja nicht drinnen. Du kannst mich 1,900 Dollar. Ich würde nicht fällen mit zu beten. Das ist was. Aber du hast wahrscheinlich selber zeichnet. Ich habe selber zeichnet, wie das gefährlich ist. Ich habe selber zeichnet, wie das ist. Nein, aber ich habe selber zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Das ist Zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Ich habe das Zeichnet. Was? Ich habe das Zeichnet. Dann wollen wir aber davon schauen. Ich habe einfach das. Ich habe das Zeichnet. Gut, gut. Ist das Zeichnet. Será schade von einem academically? H包括 einer Spieler zu erinnern. Im wahrzen Einigen, Club besuchen wir immer. laughter Guck mal! Wショ! Ein лишьn 신�mann. Ein Güvenklieg. Entschuldigt geht! slacken億lopsomber. Schwpla! Ich Komma weiter, noch länger mit einer Flügung. Man kann die Schweißula dumm mal versuchen. Find es gleich nochmal besser. Scheiss Hitler-Jungs! Ich hab's wegen irgendwelchen Hitler-Jungs, Alter. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Das ist nur ich, Alter! Ich weiß nicht! Ja, aber du willst nicht, du willst ja nicht! Du brauchst den Rechtshörig halben Rongo! Nein, Alter! Nein, Alter! Cash Money, Alter! Das ist groß! Nein, das ist nicht schwer, Alter! Ich weiß ja! Ja, aber das ist scheisse! Ja, ich weiß ja! Er legt mir einen Orangen! Das hört sich gut aus, Alter! Das ist scheisse, Alter! Das ist großartig! Das ist großartig! Das ist großartig! Das hört sich jetzt gut aus! Das wird die Hand! Das ist großartig! Das hat das Werteilungsfühlraum! Danke, oder gibt's meinen Cash! Das war der Gollum! Ja! Echt? Ja, das war der Gollum! Alter, meine Zeichnung ist scheiß viel geirrt! Ich hab's wirklich echt, das wäre ja ein Riesch. Kass ist schön, ich hab's dir nicht. Ich hab's so viel Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr! Ja! Ich hab's die Bank gehabt! Ja, ich hab's auch. Nein, es wird spürt. Irgendwer hat auch gekauft. Ja, ich hab's spürt. Ja, ich hab's spürt. Für die wollen sie das nicht. Was ist das? Ich hab's schon gar nicht. 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 Jetzt möchte ich 1,100. Kann ich 1,100? Ja, ich hab's schon gar nicht. 1,100. 1,100. 1,100. 1,100. 1,200. 1,200. 1,500. 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 Oh! Das ist das nicht. Es ist nicht wert. Die Nachläufe ist es wert. Ich weiß, dass es nicht wert ist. Ich bin tot. Jetzt bist du wirklich geschehen, Mursch. Ich bin tot. Du bist immer noch aus. Aber die Musik ist nicht so gut. Glaubst du es? Creditorial Loans. Ich brauche nicht mehr. Creditorial Loans. We really hope that you don't redefine it. Ich gehe auch keinen Kredit mehr aufnehmen. Ich bin unglaublich. Ich habe das. Ich kann mir ein $1,200. Nächstes sind $1,200. Ich würde gerne ein $1,200. Ich würde gerne ein $1,200. $1,200. Ich würde gerne ein $1,300. Kann ich ein $1,300? Ich würde gerne ein $1,200 machen. Ich würde gerne ein $1,000 machen. Ich würde gerne ein $1,300. Ich würde gerne ein $1,000. Ich würde gerne ein $1,000 machen. Oh, ich würde gerne ein $1,000 machen. Und diese für die Kinder sind Alison. Ich werde den Nahrungsó Smile beschäftigen. Oh, man. Ich bin froh. Die Offer von 1,700 Dollar. Ja, was kann ich so viel tun? Going once. Going twice. This guy! $1800. You're so crazy, that I think I'm going to see it. When you offer me $1800, you won't own this piece of artwork for a week. Love for a month, you'll own it forever. It's the Offer of $1800. Going once. $2100. The next bid is $2100. Can I see $2100? I'm going once. Doing once. So... Congrats, Yellow. How does that sound? Good work. Good work. I believe the expression is Cha-Ching. Moving on. She's dead. I want to get the right one. I want to get back up! I can't do anything. I can't do anything. You can't do anything. I can't do anything. I think Reddit... Get it. read's until the end is Pflage. Your smartace will be Schneid Nurse. All right, what is the stoppage? How are I going to feel about it? Who is the turn? They're in theciu! And here's whatbes it is. How long for you... And the next bid is $2100. So, who can give me 2100 dollars? Going once? Going twice? Und nichts wert. Puffmüller. Jetzt meine ich. You want this one? Ja. Geschlecht, ey! Locker! Nice! Locker, gell? Ja, hast du dir das immer gemeint? Ja, aber... Das muss was wert sein. Warum nur? Ja, ich habe mir alles so draufgefahren. Ja, aber das kann ich auch. What the fuck is this? Nice! Ja, G'sein! Heimereit, ich habe den Fettstabreiss-Ausse mit dem Kasten! Ich habe den Fettstabreiss-Ausse mit dem Kasten. Wie ist das, ich habe den Fettstabreiss-Aussein? Wer tut's nun? Ich bin Yellow? You can't screw someone who can't afford it. Aha! Ah! Ich habe den Fettstabreiss-Ausse mit dem Kasten. Halt, dass ich mich für die Balle abwecken kann. Ich bin hier für 1,900. Ich bin hier für 1,900 Dollar. Ich bin hier für einmal. Wir bekamen die Balle. Hier darf ich, warum? Ja, ich bin hier für 1,900 Dollar. Ich bin hier für 2,900 Dollar. Das ist voll geil. Komm schon, komm schon! Oh ja, das ist nicht geil. Easy! Big money! Wir haben auch die Jacken zusammen. Jetzt gibt es einen, der wird schon wieder voll ausgeschickt. Der wird schon voll draußen. Ja, was du so mit Kredit aufgenommen hast. Ja, und ich hab nichts gescheißen gekauft. Wie frisst du? Ich meine, du hattest jetzt am Schluss ein bisschen drüber. Der Heife schrieb mich voll nicht zu fressen. Ich war ein Ulla, ich so viel werden. Ich hab mir einen Gollum gekauft. Oh ja, ich habe einen Gollum gekauft. Und beim Bad Heiz hat keiner was gekauft. Nein, das habe ich nicht gesehen, was das ist. Der Time for a Haircut war meins. Das wollte ich nicht sagen, Alter. Isst du das? Das war ja hart war. Der hat halt Geld noch zum Schluss. 3700. Ja, ich muss gleich in den Lanz zahlen. Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich definitiv verholt. Du hast gmeh, dass du einen guten Garten hast. Der Heif riefst du jetzt dreimal. Verholt? Hast du jetzt verholt? Die Himmels? So macht man das. Ja, das hat der Schmusi gewonnen. Nein. Das wird bitte jetzt. Schmusi wusi. Ja, spielen wir eins. Ich hört ziemlich geil spielen. Ja, wir können immer das auch probieren. Ja, dann probieren wir es anders. Brue ich euch auch. Ich will das auch. Also das wird wirklich mit Haarefüsten. Das sind es andere. Hey, ich habe die Musik, die Leute haben da gemacht. Ah, durch die These to dieren. Ja, drück drauf mal.